Servus Leute und willkommen zu Resident Evil 4, das Remake denn der DLC ist ja draus und zur Erweiterung Separate Ways wo wir mit Ada spielen in dem Sinne Hi, bin ich euch auch wieder zu sehen So, ich hab das Ganze schon privat durchgespielt auf Assisted, damit ich euch ein bisschen was zeigen kann weil das Ganze auch so ein bisschen als Walkthrough dient für die Aufträge vom Händler die ihr nämlich alle machen müsst, wenn ihr das Special Messer haben wollt das hab ich entsprechend schon aber ich werde keine anderen extra gewinnen ich hab noch ein paar Kostüme freigeschaltet hier das Kleid zum Beispiel oder das Mini-Kleid wir werden aber die Standard-Outfits nehmen weil das Ganze hab ich nur gemacht, um euch eben die Aufträge zeigen zu können Blind finde ich zwei davon ziemlich hart, muss ich ganz ehrlich sagen aber gut, wir werden uns das selbst angucken oder könnt ihr selber entscheiden, ob das Blind mehr Spaß war oder nicht äh, ist ein neues Spiel ne, ist Spielladen wir wollen ja New Game Plus machen tatsächlich aber nicht auf Assisted, sondern auf Standard weil Assisted macht man nur um sich mal anzugucken, was so los ist ne, jetzt bin ich mal weg wenn es euch gefällt, wie ihr seht Daumen nach oben, Abo wär'n Traum Glocke drücken ihr kennt das Ganze ja und jetzt viel Spaß bei Separate Ways Luis im Gefängnis Ja, er wurde ja am Anfang geschnappt das kennen wir ja aus der Lyon Seite noch Halt, Halt, Halt Okay, das Spiel ist nicht zu laut Halt, Halt, Halt! Das ist das Flamenco, oder? Der nächste Tanz gehört wohl mir. Was das wohl ist? Genau richtig. Diese Mönche haben mir mein gesamtes Zeug abgenommen. Auf den Bernstein? Haha, nein. Der ist an einem sicheren Ort versteckt. Dann führ mich hin. Mit Vergnügen. Auf der Sitzung. Kann man auch kaufen, aber ich krieg auch echt hinterhergeschmissen. Kräuter genauso. Die ganzen Rohstoffkram. Nutz ich aber nur fürs Gewähr tatsächlich. Und das biosensorische Zielfernrohr braucht ihr übrigens auch. Bei den beiden Aufträgen, die ich vorhin angesprochen habe. Ja. Ich habe aber nichts maximal getunt. Ich habe so wenig Geld ausgegeben wie möglich. Deswegen habe ich auch noch 290.000. Das Spiel ist nicht allzu lang. Das sind sieben Kapitel. Ich weiß, ich weiß. Was wollt ihr mit dem Ding überhaupt? Das wüsste ich auch gern. Ah, hi. Dich habe ich am ersten Mal spielen gar nicht gefunden. Willkommen, Fremde. Ist der da auch schon da? 1,5 Millionen. Du bist doch ein Drecksack bist du. Du bist doch ein elender... Ah. Gut, den werden wir in diesem Spieldurchgang dann höchstwahrscheinlich nicht sehen. Den Endlos-Arketenwerfer ist auch gar nicht weiter tragisch. Den brauchen wir nämlich nicht. Ja, mit der getunt habe ich nicht wirklich viel. Ähm. Ich habe ein bisschen in einer Pistole rumgeschraubt. In einer Standardpistole. Ich habe wie eine andere gekauft. Ein bisschen an der Schrotflinte. Und gar nichts am Gewehr. Also ich habe Geld ohne Ende gespart. Ich wollte, dass das Ganze so Vanilla wie möglich ist, wenn wir hier anfangen. Was ich habe... Hilfe. Was ich habe ist aber tatsächlich, ähm, das unzerstörbare Messer. Äh. Ja. Die Armbrust habe ich auch schon in meinem Spiel. Ist aber nicht so toll. Ganz ehrlich. Die L ist nicht so toll. Die lohnt sich nicht unbedingt. Sie macht 16,0 Schaden. Mit Explosivpfeilen. Äh. Aber. Ne. Das erklärte Messer ist cool. Ähm. Wir nehmen es mal mit. Und verkaufen das andere Messer dafür. Weil. Wir brauchen es nicht mehr. Ne. Ja. Die Gassen sind. Kannste haben. Die brauche ich nicht. Stiefelmesser kannst du haben. Wo sind das andere Messer jetzt? Was ich dabei hatte. Die ganze Zeit. Das taktische Messer. Kann nämlich auch weg. So. Kann ich das hier eigentlich... Wie viel kostet das? Dafür, dass du das nicht benutzt. Außer als Stealthwaffe. Weil das ist der Witz bei dem Spiel. Im Hauptspiel. Im Hauptspiel. Könnt ihr ja sehr viel kämpfen. Hier. Müsst ihr euch des öfteren entscheiden zu schleichen. Oder gar abzuhauen. Das finde ich sehr sehr geil. Äh. Schätze. Wollte ich auch alle mitnehmen. Ich muss mir gerade überlegen wo alles so war. Im ersten Kapitel. Ich hab' mit Sicherheit nicht alles gefunden. Ich hab' mit Sicherheit nicht alles gefunden. Ich hab' mit mir. Der zweite Werdugo. Hol' den Bernstein. Wir treffen uns später. Nein! Sorry, aber ich lass' doch eine Lady nicht allein... Tschüss! Tschüss! Triff mich bei der Kirche! Lass' es kein Begräbnis werden! Der Kollege nervt. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber es ist geil, was sie aus ihm gemacht haben. Wer das Original kennt, da weiß, dass Salamon Salazar im Bosskampf, ja zusammen mit seiner zweiten rechten Hand, also der linken Hand dann eher, äh, zu diesem großen Boss mutiert, zu dieser Pflanze. Aber hier im Remake war er's ja alleine. Und hier in DLC erfahren wir, warum das so ist. Das sieht einfach auch so gut aus, ne? Ja, wir dürfen kämpfen, cool. Hau ab, Kollege! Ich mag dich nicht, du bist hässlich. Was ist jetzt? Was? Ah! Das ist scheiß... Jutsu, der 1000 Klone, wie das mal Naruto heißt. Das ist das echte Viech. So! Der mit den roten Augen ist der echte. Und ihr seht schon, der macht so ein paar Psycho-Dinge mit uns. Der ist leider nicht ganz ohne. Ich komm ja nicht wieder. Na, ich hab's noch ein bisschen Sachen mitzunehmen, sollte man nicht vergessen. Und wir haben ja keine unendliche Munie, also dürfen wir es erst recht nicht vergessen, denn wir brauchen die Ressourcen. Ich will doch nicht wirklich... Ich will doch nicht wirklich... Ach, MP-Munition. Die MP ist das erste, was sie verkaufen sollte. Die ist nämlich sch... Nicht gut. Es gibt ja Leute, die schwören auf die MP. Äh, das war kein Mut noch, ne? Ne, okay. Weil, äh... Die halt so viele Schuss hintereinander abfeuern kann. Aber sie ist Käse. Ganz ehrlich. Sie ist Käse. Ihr braucht sie nicht. Vergesst sie einfach. Ich hab mit ihr gespielt. Lange Zeit. Ich hab erst kurz vor Kapitel 5 war, dass das Ding verkauft. Und ich habe es nicht bereut. Weil sie nur Munition frisst und frisst und frisst, aber... Damage-technisch nicht wirklich was macht. Stopp-Wirkung hat sie keine. Wenn es eine bessere MP gäbe, die Waffenauswahl ist hier auch sehr begrenzt leider, dann wäre das was anderes. Leider, wie gesagt, hat man aber nur wenige Waffen in dem DLC. Was ich aber auch gut finde, weil es dann ein bisschen schwieriger wird dadurch. Du musst mir überlegen, was du mitnimmst und was nicht. Und die Bosse sind ja auch so geil. Die Bosse sind hier so geil, Leute. Insgesamt muss ich sagen, vom Pacing her ist das wirklich super. Zentrale, kommen. Luis hat den Bernstein versteckt. Er geht ihn jetzt holen. Zentrale, hört ihr mich? Ich höre dich. Also? Wir hatten hier ein paar Schwierigkeiten. Und? Reloadet die Nähe. So. Luis ist bereits auf dem Weg zur Kirche. Ich überwache sein Signal. Sehr gut. Dann verschwinde von dort. Okay. Ich muss nur noch herausfinden, wie. Gehe mir einen Überblick verschaffen. Das ist auch so ein cooles Feature. Mit der Iris. Und jetzt können wir rumsippen. Zip, zip. Okay, da muss ich hin. Bleib auf den Dächern. Du hast die Ausrüstung. Jupp. Das ist aber nicht so leicht, wie es gesagt ist, Albert. Was da wohl ist? Etwas, was wir brauchen. Schon aus dem Hauptspiel kennen. Nettes Spielzeug. Und ein gefährliches dazu. Ich bin mal gespannt, wie nah wir... Der Bergenstein hat bei dieser Mission oberste Priorität. Ja. Ich bin mal gespannt, wie nah... Ich bin mal gespannt, wie nah... Ich bin mal gespannt, wie nah... Ich bin mal gespannt, wie nah wir an die 1,5 Millionen rankommen. Ich glaube, da bin ich das zu schaffen. Ich sage euch ganz ehrlich. Dafür habe ich die Waffen zu wenig getunt. So. Auch schönes Messer aber. Schickes Messerchen. Wie gesagt, dazu kommt ihr, wenn ihr alle Aufträge macht. Den ersten Auftrag gibt es aber erst im Dorf leider. In der Burg. Also hier im Intro, wenn man so möchte, gibt es leider noch keinen Auftrag. Oh, die sind alle echt nicht so einfach. Da müsst ihr echt gut hingucken, wenn ihr alles sehen wollt. Und alles finden wollt. Also ich habe teilweise echt gedacht, ihr wollt mich noch verarschen gerade. Wir werden aber alles sehen. Und dann könnt ihr selber entscheiden, ob ich blind hätte spielen sollen oder ob es nicht so wirklich besser ist, weil ich euch so eben zeigen kann, wo der ganze Kram ist. So. Ich habe noch ganz ein bisschen heller gestellt. Ich finde, seitdem sieht es auch noch ein bisschen besser aus. Ich fand tatsächlich ein bisschen zu dunkle Standard-Einstellungen. Also das HDR auf der Series X ist manchmal nicht so ganz das wahre. Ich gehe am PC. Über die Capture Card kann ich das Ganze eh noch mal ein bisschen verfeinern, weil ich die Capture Card noch einstellen kann. Und ich finde, jetzt sieht es so eigentlich richtig gut aus. Ich bin zufrieden mit dem Bild. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Ja, die blöden Katapulte. Scheißpulver. Es macht nämlich nicht alles perfekt Sinn, was wir hier jetzt machen in Bezug aufs Hauptspiel. Weil wir werden gleich die Kanone hochlassen. Und das werde ich jetzt nicht mal auf den zu schießen. Das ist eine dumme Idee. Oh, die habe ich gar nicht gefunden, die Goldplatte. Seht ihr mal. So, weil mit Leon lässt man das ja auch hoch. Wer hat die Kanone jetzt wieder runtergefahren? War das einer von denen? Hat er den Sack wieder aufgehängt? Es ist ein bisschen... Macht für mich nicht ganz so viel Sinn. Aber bitte. Der Rest macht dafür sehr viel Sinn. Und ist sehr, 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 sehr cool. Oh, ja. Und was hier auch sehr viel Sinn macht, ist... Das da. Baff! Oh, du stehst wieder auf, du Ratte. Okay. Halt doch nicht so viel aus, wenn ich dich... Ah, fuck. Und da schätze manchmal... immer noch... Wie schwach das Messer doch im Kampf tatsächlich ist. Wenn man es einfach so einsetzen möchte. So, dann machen wir eben, ich habe der Pulte platt. Ich weiß, ob wir hier schon raus könnten und einfach da langlaufen. Speedrun wäre das mal rauszufinden. Wir machen aber kein Speedrun, wir wollen normal spielen. Aua, voll im Kopf. Entschuldigung, Ada, das war nicht so geplant. Hier ist noch einer, der ist mir aber relativ Wumpe. So. Weil wir jetzt aufräumen können. Das hätten wir. Gut, das war's. Kommt noch wer? Alle tot? Nein, ich wusste, da kommt noch einer. Bam! So, in dein Gesicht. Und bam! Und bam! So. Und tschüss! Oh. Du warst zu schnell. Nein! Kann ich auch noch nachladen. Scheiße! Baff! So, weg! Wie nimmst du noch? Wie viel Muni habe ich noch für die Pistole? Nur nie so viel. Wir pumpen jetzt mal alles so. Wir haben eine Pistole-Munition. Aber das ist die, die wir am meisten brauchen. Neben der Schotty McShot-Shot. Du hast noch Geld. Nicht haben. Kein Geld liegen lassen. Wir brauchen verdammt viel davon. Müß! Da liegt da noch einer. Und das ist auch cool. Baff! Ha! Hat geklappt! Tot! Ich könnte es ja verbessern. Aber ich weigere mich. Weigere mich schlichtweg. Ich mache jetzt wieder so ein Kapitel, eine Folge. Wenn du Bescheid wisst. Sind alle nicht so lang, wie Kapitel das geht. Mhm. Irgendwas. Jawoll. Eine Blettgranate. Blendys. Sehr wichtig. Und wieder Sip. Sip, Sip. Wobei ich weiß gar nicht, ob es unten noch was gegeben hätte. Ich habe dann nie geguckt. Da! Seht ihr das in die Truhe? Bin da immer weggesippt. Also die beiden Mal, die ich Kapitel 1 gespielt habe, weil ich am Anfang verkackt habe. Ja, ich habe mich mal von Kanonen abschließen lassen. Hier gibt es nämlich noch mehr davon. Wenn ihr den gleich sehen. Ja! So einfach. Was sagt ein Verpackungsverc Oh shit. Was? Was? Ich bin jetzt nicht mehr als Kopf. Ich bin dann immer wieder. Du schon wieder. Ich bin jetzt schon wieder. Jetzt zu dir. Und auf die andere Seite. Zum Glück können die nicht gut zielen. Das würden sie einen hier nämlich auch schon erwischen. Tun sie einfach nicht. Dankniswerter war ein Litterung oder irgendwer. Nein. Gut. Und zip. Wer braucht schon Spider-Man mit einer sexy Ada hat, oder? Habe ich alles? Gut. Küste. Küste auf. Und zip. Ja, und der Kollege ist auch noch da, natürlich. Kapitel beendet. Das war schon Kapitel 1, Leute. Ist nicht wirklich lang, wie ihr sehen könnt. Wir speichern natürlich, aber nicht auf dem Spiel schon, sondern hier. So. Kapitel Ergebnisse. Partnerin der Wahl. Besiegen Sie in separate ways. 50 geht an der Pistole. 11 Minuten 40. 0 mal gestorben. 79,5 Prozent. Genau. Ich hatte es sechsmal Schaden genommen. Das war nicht gut. In dem Sinn, Leute. Vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst, was ihr tun könnt. Ansonsten. Bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut. Macht's besser. Euer Schraubse. Ciao.